Dann kommt mal her. So, dann geht's euch jetzt an den Kragen. Ihr seid so blöd. So, guck den da. Ach, das bringt ja nichts, dein blöder Stab. So. Stäbe. Stäbe. Komm, schieß auf Stäbe. Das würde mich mal... Das würde mich mal interessieren. Nein. Ja, wie der fliegt. So, ein bisschen leisamer. Irgendwas hat es doch mit diesen komischen Dingen auf. Dr. Young, hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Dusche hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Code-Sequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Dr. Penny Young, verstorben. Es hat sich echt nicht gelohnt, sie zu retten. Sah ja, er hat was mit diesem komischen Stock auf sich. Echt? Hast du das gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Echt jetzt? Ja, aber kein Scheiß. So, wo ist alles? Ah, so ein PC. Was ist da los? Was ist das? Oder was anderes. Irgend so eine Karte. Rittler-Karte gefunden. Die Rittler-Karte gefunden. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Dadurch. Cool, dass uns eine Karte gegeben hat. Äh, lol. Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, das Zeug. DNA. Ach, nur DNA. Ach, von seinem Stock. Da war so eine blaue Flüssigkeit drin. Ach so. Gut. Bam. Dann geht es weiter. Dann geht es. Der tut sie jetzt an den Kran. Oh, schon wieder die Typen, ey. Oh. Drei Stück. Alle drei beaffnet. Scheiße. Ja, wie machen wir das aber nicht? Er benutzt nochmal deine neuen Fähigkeiten. Ja, ne, ich glaub. Das bewegen sie sich. Doch, schmeiß mal irgendwas auf die. Okay, gut. Hast du überhaupt ausgewählt gehabt? Der letzte Taschenort gewählt. Hm. Mach das kaputt. Ich nehme die Tür. Welche Tür? Ach, da. Dann locken wir die nochmal an. Scheiße, das muss ich jetzt aufladen. Fuck. Hm, scheiße. Okay. Versuch's einfach mit den normalen Teilen zu töten. Schmeiß halt so lange, bis sie sterben. Irgendwann sterben sie schon noch. Die sterben nicht. Ach, scheiße, zwar ist es. Ah, 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 ah. Ja, wer kommt uns nicht? Aber bisher kein einziges Mal getroffen. Ey, was für kackt bei uns. Ach, die können doch nicht schießen. Komm schon. Oder kannst du mit diesem, äh, mit diesem Haken da ziehen? Ja, aber das bringt uns nichts. Ne, geht auch nicht von hier. So eine Ratshe. Was sind die alle drei? Ach, komm, weiss was. Das ist doch scheißegal. Das geht doch sicherlich auch hier raus. Lassen wir das halt. Müssen wir auch nicht immer jeden eliminieren hier. Ne, müssen wir nicht. Also. Läuft. So. Jetzt geht's da raus. Ja, sehr schön. Gut. Ja, willkommen auf die Party. Ja, wenn du willst, dann sind wir gerne dabei. Wenn du das willst. Wo sind die anderen hin? Sie wurden abgehängt. Oh. Scheiße. Oh, Gott, ist denn echt. Schon gedacht. Werden die Beine entfernt und er darf keine Zeit sogar Zaubertricks vorführen. So. Wem werden die Beine entfernt? Naja, er wird gerade gefoltert. Der muss, der muss hier irgendwie so, keine Ahnung. Der muss hier irgendwelche, wieder diese üblichen Sprechdinger da sagen hier, keine Ahnung. Die Sprechparabeln hier, keine Ahnung, das, was es uns auch noch gesagt hat hier, die News, wo es hier gibt. Das gehen wir noch, glaube ich, in den botanischen Garten. Oder? Nee, glaube ich nicht. Hm. Lol. Nee. Scheiße. Vielleicht erschrickt er sich aber auch. Keine Ahnung. Mach erstmal den mit der Waffe. Und schlitzend. Ja, das sind auch noch zwei, hä, WCF. Ah, jetzt haben wir keine Waffen mehr. Sehr schön. Wahrscheinlich gehen mehr, dass die zwei waren. Ja, es waren zwei, aber den einen habe ich drausgeschaltet gehabt. Nein, da habe ich drauf im Boden und der kann doch so schnell die Waffe nicht. Nee, die können wir Waffen nehmen. Stimmt, stimmt, ja, die anderen auch. Ja, aber egal, gut. Scheiße, er hat schon den Waffe. Oh. Aber er hat einfach zu lange gebraucht zu schießen. Jo. Sein Pech. Solche Spacken. Jetzt muss der bestraft werden. Solche Spacken, ey, was nehmen die da hier? Einfach so. Und da oben ist schon wieder ein bewaffneter, ey. Ist doch echt schlimm. Nie hat... Ähm, dat... Ist ein Scharfschütze, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwas, ja, ja. Schalten wir noch gleich mal aus. Gute Nacht. Schlaf schön. Bist ganz ruhig. Und da liegt daneben der, der eigentliche Wächter hier. So. So, jetzt können wir die anderen Typen hier zusammenschlagen. Nachts sind alles Noobs, Alter. Ach, die können doch nichts. Wir haben gar keine Waffen, ey. Ah, doch, haben sie. Oh, dann habe ich gleich den richtigen erwischt. Loll. Der war geil. Der war geil, hey. Lass nicht zu, dass er dich schlägt. Ey, jetzt. Scheiße, er hat alles genommen wieder. Ihr Penner. Mit euren scheiß Schlägerdingern, ey. Merkt da auch nicht drauf, oder? Könnt ihr nur mit Waffen kommen? Ja, leider. Die sind einfach zu schlecht für alles. Die sind so dumm zum Scheißen. So. Schade, dass ich den Taser nicht nehmen kann. Bäh. Ja, schade. Schade, schade, schade. Jupp, Zellenblock. Äh, fick. Äh, ja. So, jetzt. Jetzt geht's zum Zellenblock. Mit der vollen Gesundheit hier. So, jetzt wieder einer mit der Waffe. Schleich dich von hinten an. Ja, ich habe auch Hunger. Zack. Hast du mir was mitgebracht? Zur Geschnute. Ins Gesicht. Äh, lol. Wie viele Kugeln, die hier verballert haben, ey. Schau, krass. Mhm. Was für ein Massenmörder. Das geht nochmal gar nicht. Jetzt geht's duschen. So. Dreimal. Dreimal. So. Geht's hier lang. Nutz g'send. Bin is. Ah, frey. Hauptzellenblock. Oh, oh. Ah. Oh. Okay. Jetzt sind wir bei den Geistesgestörten. Ja. Alter Schwede. Na, ne. Und die wurden noch nicht freigelassen. Den darfst du dich nicht nähern. Alt. Das ist so, ne. Wieso Affen, ey. Hört sich schrecklich an. Und die Musik, die macht mich auch sehr nervös. Na, mich auch. Ah, jetzt geht's mal schnell hier hoch. Wir wachen sind tot. Hier gibt's was zum Nicht... zum Nix machen. Alles klar. So, 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 als es ausgeschaltet ist. Warst du schnell Waffen nehmen? Nee, klar, stimmt nicht. Ne. Das wär cool. Na, jetzt muss ich hier lang. Wenn's geht. Hoffentlich, ja. Nee. Nee. Das war falsch. Hopp. Ah, hier. Oder auch nicht. Hä, was soll denn der Scheiß jetzt? Nicht. Nee, kann ich kaputt machen. Das war nicht irgendwie... Leute, muss ich euch mal was finden oder so, keine Ahnung. Hm, ja, muss ich... Oder muss ich... Irgendjemand anders aufgehen. Wieder mal zurück. Sag von da rein. Da ich jetzt schon mal so ein Band. Von Victor Saes. Da stehe ich gar nicht. Absolut. Absolut. Oh. Ja, das sieht ja wieder aus. Hä, echt? Ich glaube ich mal. Oder? Nope. Das ist Poison Ivy. Wer? Wirscht sehen. Ach so, die. Halt. Edmund, bitte. Du musst dein Baby helfen. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen uns Hilfe. Bleib wo du bist. Es fehlt noch, als du frei herumläufst. Arme Kinder. Ich rette uns. Oh, ihr waren armen Kinder. Jeder wird bezahlen. Ja. Interessant. Bleib schön da liegen. Hm. Aber hübscher Körper. Ohne Scheiß. Für eine Pflanze? Auf jeden Fall. Oder eine Pflanzenmutantin. Sag ich, Mensch. Genau, was mit der passiert ist. Egal. Ja, der Anzug, der macht's auch nicht mal lang. Hm. Wird schon langsam kaputt. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Ja. Ja, hier ist jemand. Kann man ihnen helfen? Weshalb? Hilfe!